Das Evangelium nach Lukas Einleitung Die altkirchliche Überlieferung nennt als Verfasser des dritten Evangeliums in der Apostelgeschichte Lukas, den geliebten Arzt, vergleiche der Brief an die Kolosser 4.14, der Brief an Philemon 24, auch der zweite Brief an Timotheus 4.11, der Heidenchrist war und mit Paulus in Verbindung stand. Lukas benutzt das Evangelium des Markus und schöpft aus einer mit Matthäus gemeinsamen Sanglung von Jesus Worten. Er blickt auf den Untergang Jerusalems, 70 nach Christus zurück, 21.20-24 und erwartet die Wiederkunft Christi nicht mehr als unmittelbar bevorstehend, 17.20 folgend, 21.24, Apostelgeschichte 1.8. Die Abfassung des Evangeliums wie der Apostelgeschichte fällt wohl in die Jahre 80-90. Ob es in Kleinasien oder in Griechenland entstanden ist, lässt sich nicht sicher bestimmen. Lukas legt seinem Evangelium den dreistufigen Aufriss des Markus-Evangeliums zugrunde und ordnet seinen übrigen Stoff vor allem in zwei Blöcken in diesem Rahmen ein, 6.20-8.3 und 9.51-18.14. Die kleine Einschaltung, 6.20-8.3, enthält die Bergpredigtüberlieferung. Die große Einschaltung, 9.51-18.14, hat er zu einem umfänglichen Bericht über die letzte Reise Jesu nach Jerusalem ausgestaltet. Reisebericht Vorangestellt hat er wie Matthäus eine Vorgeschichte über Herkunft und Kindheit des Täufers und Jesu, Kapitel 1-2. Angeschlossen mehrere Berichte von Erscheinung des Auferstandenen in und bei Jerusalem, Kapitel 24. Lukas will ein Schriftwerk für gebildete Heiden und Heidenchristen schaffen, wie das kunstvoll gestaltete Vorwort 1.1-4 zeigt. Lukas verdanken wir verschiedene wertvolle Überlieferungen, die sich in den anderen Evangelien nicht finden, darunter die Gleichnisse vom barmherzigen Samariter, vom verlorenen Sohn, vom klugen Verwalter, vom Pharisäer und Zöllner, eine Reihe von urchristlichen Gebeten und Hymnen, Lobgesang Marias 1.46-55, Lobgesang des Zacharias 1.68-79, Lobgesang des Simeon 2.29-32. Wichtige Hinweise auf das Verhalten Jesu gegenüber Frauen, Zöllnern und Sündern, auch bedeutsame Einzelzüge des Passionsgeschehens. Die Sonderüberlieferungen des Lukas stehen im Dienst seiner theologischen Aussagen. Er zeigt in Jesus den Heiland der Verlorenen, der sozial Entrechteten, der Frauen, der Zöllner und Sünder. Jesus offenbarte die Menschenliebe Gottes auf bezwingende Weise. Alle Christen müssen daher ebenso wie Jesus handeln. Wo jemand sich dem Wort Jesu öffnet, wird er zu einem guten und edlen Menschen. 8.15. Das Leben des Christen hat seine Mitte in der dienenden Liebe, die auch dem Feind und dem Fremden gelten. 6.27-36, 10.25-37 und sich besonders an der Einstellung zu Reichtum im Besitz bewähren muss. Jesus zeigt im Leben und im Sterben, wie sich ein Mensch gut und richtig verhalten soll. Durch Jesus ist die entscheidende Wende der Heilsgeschichte eingetreten. 16.16 folgend Jesus, nicht der als Friedensbringer verehrte Kaiser in Rom, ist der wahre Heiland der Welt. 2.11 Heute ist euch der Retter geboren. Darum verknüpfte Lukas die Geschichte Jesu mit der Weltgeschichte. 1.5 2.1 folgend 3.1 folgend Der alte Bund und die Geschichte Israels finden ihre Verendung in der Kirche Christi, die aus Juden und Heiden besteht. Mit der Auferstehung Jesu und dem Untergang Jerusalems ist die Epoche der Heidenmission, die Zeit der Sammlung aller Menschen zum einen Volk Gottes angebrochen. Wenn die Zeit der Heiden zu Ende ist, 21.24, wird auch Israel Jesus als Mezid. Das Christusbild des Lukas und sein Aufruf zu sozialem Verhalten sind bis heute maßgebend für die christliche Vorstellung vom Menschen und vom rechten Verhalten in der Gemeinschaft.